Pilates-Rückbildung ist eine zweitagige Weiterbildung. Meistens sind es Frauen, die diese Weiterbildung besuchen. Die sind Physios, Hebammen, Doulas, Yoga- und Pilates-Lehrerinnen, die mit den neuen Mammis Rehabilitationsansätze nach der Geburt bieten möchten. Unser Rückbildung-Pilates-Workshop ist schon seit 2006 bei uns im Programm. Wir haben immer sehr gut besucht. Wir bieten diese Workshop zwei, drei Mal im Jahr. Wir haben maximal 15 Personen, das heißt eine sehr kleine, intensive Gruppe. Und wir freuen uns, weil es gibt niemanden, der so motiviert ist wie eine rückbildende Frau. Ich selber bin Mutter vier Kinder und ich weiß, wie wichtig es sinnvolle und relevante Rehabilitationsinhalt für neue Mammis zu bieten ist.